Hallo und herzlich willkommen zum zwölften Teil Let's Play Parverwexel, der Hüpfer. Ein wenig gelevelt habe ich, ihr seht es hier, zwei passive Skillpunkte zu vergeben. Und ich habe festgestellt, ich habe im vorherigen Schwierigkeitsgrad meine Piety-Belohnung vergessen abzuholen. Die möchte ich also auch schnell vergeben. Nochmal zwei zusätzliche passive Punkte. So, dass ich jetzt insgesamt vier habe und es tatsächlich jetzt schaffe, mir mein Amplify zu holen. Das wird mein Spielen doch einiges entspannter machen. Meine Hatred-Aura wird mitgelevelt. Ja, und dann können wir direkt weiter einsteigen. Seht es, ich habe ein bisschen Ledge gegrindet, musste deswegen schon mal ins nächste Gebiet, um die Karte hier zu aktualisieren. Ja, ich nehme meine Hatred-Aura. Mal gucken, wie mein Mana-Verbrauch so ist. Ob das hinhaut oder ob ich lieber die Aura ausmachen soll. Ja, und dann hüpfen wir auch... Ach, ich depp, ne? Was war das? Ähm, irgendwas habe ich gerade übersehen. Da war wohl irgendwie eine Reflexion drauf. Physischer Schaden vermutlich. Ähm, ja, das war jetzt etwas ungeschickt. Hören wir mal die Determination-Aura. Keine Ahnung, was das jetzt war. Das ging mir gerade zu schnell. Da war ich eigentlich noch auf ein entspanntes Spielchen eingestellt. Weil ich hier doch jetzt einige Runs gemacht habe und das war doch extrem angenehm und entspannt. Ja, kommt mal die Determination raus. Ich glaube, im Moment brauche ich gar keine Aura benutzen. Ja, ein Reduced Mana-Game wäre jetzt echt cool. Ich meine jetzt, direkt am Anfang wird es mir noch nicht so viel bringen, dass ich jetzt beide Auren direkt benutzen kann. Aber das wird nochmal bestimmt ein deutlicher Sprung auch in der Stabilität des Charakters sein, wenn das also alles läuft. Beide Auren aktiv, dauerhaft und ohne Probleme mit der Mana-Versorgung beim Angriff. Wenn wir da hinkommen, dann ist eigentlich das meiste erledigt bei dem Charakter. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich auch richtig rumgehe. Dass wir nicht noch einen Letcherun hier umsonst eingelegt haben. Wahnsinnig viel EP bekomme ich hier nämlich gerade nicht mehr. Nee, Glück gehabt, alles richtig rum. Ein kleines Level-Up gab es dann doch noch. Dann wollen wir das auch direkt vergeben. Ja, hier oben einige nette Sachen noch in direkter Reichweite. Ein schöner Schadensknoten, ein schöner Lebenspunkte-Knoten. Und ich nehme jetzt einfach erstmal die Lebenspunkte mit. Heavy Strike leveln wir. Mal schnell 1500. Ja, ist ein bisschen wenig. Also da möchte ich mittelfristig doch dann eher auf 2500 kommen. Da hoffe ich einfach mal drauf, dass ich möglichst bald ein deutliches Update in meine Ausrüstung kriege. Im Moment ist halt alles noch so provisorisch. Allerdings für den Stand aktuell ziemlich gut. Also ich kann noch im Nachhinein nochmal sagen, dass es wirklich extrem praktisch und clever war, sich diesen Helm zu besorgen. Gold Rim. Der ist wirklich extrem gut am Anfang. Kann man glaube ich sogar schon mit Level 1 direkt tragen. Und dann hat man eigentlich im Grunde, wenn man den Helm besitzt, schon die Resistenzen für den ganzen ersten Akt abgedeckt. Das ist ein so ein Ausrüstungsstück, was man sich überlegen sollte, wenn man länger in so einer Liga spielt und überlegt, sich eventuell eine Ausrüstung zurechtzulegen für Neubeginnercharaktere. Wenn man dann einen neuen Charakter hochziehen möchte. Dann wäre Gold Rim auf jeden Fall schon mal ein wirklich brauchbares Unique, was man dann gebrauchen kann für den Zweck. Auf kurz oder lang fehlt halt einfach das Leben drauf. Was schönes für einen chromatischen Orb. Noch was. Physical Determination. Werden auch beide gelevelt. Sollten wir eigentlich gleich im Gefängnis ankommen. Jawohl. Jawohl. Ja, hier dürfte eigentlich auch nicht viel schief gehen. Ich denke auch eigentlich Brutus sollte sehr meiner Spielweise entgegenkommen. Für Brutus werde ich sicherlich die Determination-Aura anmachen. Aber ansonsten dürfte eigentlich nicht viel passieren. Jetzt müssen wir erstmal den ganzen Gegner weg. Da hinten haben sich auch noch welche versteckt. Das war der letzte. Meine Lieblings, äh, Kisten. Die Wetzsteine und die Rüstungsdinger da, die, ähm, liegen doch immer relativ zuhauf später bei mir in der Kiste. Und ich brauche die relativ selten. Deswegen ist diese Art Kiste eigentlich eher uninteressant. Jetzt kann schon was los. Natürlich gar nicht so schlimm für mich. Da sollen die ruhig alle schön kompakt stehen. Dann kann ich die umso besser über den Haufen springen. Lightning Arrow brauche ich nicht. Ich bin schon gewundert. Das sah auf der Karte irgendwie komisch aus. Hier geht's auch nicht. Dann wohl einmal in die komplett andere Richtung. Halt ich mich diesmal mal am linken Rand. Ich hab mal so überlegt, wie ich denn irgendwie mal meine Wegfindung ein bisschen optimieren könnte. Und ich versuche mal jetzt so ganz klassisch, sag ich mal, mich immer am Rand lang zu hangeln. So, lass mal aufpassen hier. Wenn der mich einfriert, dann bekomme ich eventuell Probleme. So, dann kann ich den schnell genug umbringen. Ein Wahlorb. Die Dinger finde ich übrigens ganz witzig, die Wahlorbs. Ich hab im offiziellen Forum schon sehr lustige Berichte darüber gelesen, was Leute sich mit den Dingern selber angetan haben. Ja, ich sag mal, wer das auf seinem teuersten Ausrüstungsstück mal probieren möchte, was das Ding denn kann, der ist auch am Ende nicht besser, äh, nicht zu helfen. Der hat's nicht besser verdient. Also man kann mithilfe dieses Orbs sehr, sehr gute Unique-Items komplett zugrunde richten. Der kann nämlich grundsätzlich alles ändern. Der kann die Seltenheit ändern. Das macht der wohl auch ganz gerne bei Unique-Items. Der macht da gerne mal einen seltenen Ausrüstungsgegenstand draus. Und der würfelt auch die Links komplett neu zusammen. Also die Anzahl der Sockel kann sich ändern, die Links kann sich ändern, die Farbe kann sich ändern. Ähm, da ist vieles, äh, möglich, was den Gegenstand ruinieren kann. Ähm, ich benutze den ganz gerne zwischendurch mal, oder, ja, mit dem Charakter hab ich's noch nicht gemacht, aber mit meinem, ähm, Flicker-Striker, dass ich mal zwei Wahl-Orbs in, äh, weiße Dolche investiert habe. Und das Ding ist im Grunde eigentlich wie ein, äh, noch besserer, noch, äh, zufälliger, zufälligerer, äh, ähm, Chance-Orb zu sehen. Also ähnlicher Nutzen eigentlich. Würde ich sagen, ist am besten in weißer Ausrüstung aufgehoben, äh, mit, aus der man mal irgendwas Tolles machen möchte. So. Nächste. Strongbox. Ja, Exile. Eigentlich, äh, nette Kiste von ihrer, von ihren Eigenschaften her. Ist natürlich nur doof, wenn, äh, Flaschen drin sind. Guck mal, was wir den ganzen Krempel hier mal in die Stadt bringen zum Verkaufen. Da ist ja auch was Paktisches noch dabei. Kann ja durchaus sein. Ich muss ein bisschen Hilfe, ich kann dir das verkaufen. So, jetzt mal die Orb-Lieferanten weg. Äh, ein Zweihänder, der nichts kann. Ein Schild. Ein Schild, welches durchaus brauchbar ist. Das heben wir mal auf. Ordentlich Leben. Aber nicht auf der Rüstung. Habe ich vergessen, das Ding. Äh, nja, ne, kann auch weg. Weg. Bisschen physischer Schaden, aber nicht wirklich viel. Kann also weg. Und, ja, nett ist dabei, aber nicht in der Höhe. Also Leben, äh, Rarity und Resistenz ist an sich ganz witzig. Aber, nicht so. Das kann weg. So, dann werden wir hier aufräumen. Das Schild kommt auch erstmal da rein. Nicht den Wegpunkt, sondern hier das Portal nehmen. Wo was hier noch eventuell Schönes liegt. Eigentlich nichts weiter. Ja, zielsicher für die falsche Ecke entschieden. Bleiben wir mal am rechten Rand und hangeln uns hier mal weiter. Das könnte sogar ganz gut aussehen. Saubons. Lass mal weghauen. Okay. Ich dachte, das sähe gut aus, aber... Ach, da oben ist doch... Ne, da komm ich her. Ach, jetzt müssen wir mal den ganzen Weg zurückrennen hier. Da war wohl ein Scherzbold bei der Konstruktion dieses Dungeons, äh, beteiligt. Ach, ich liebe das mit so ewig langen Sackgassen. Ach, ich liebe das mit so eineramatigen Sackglockheure Icke. Nein, das ist doch der Hund. Genau, das ist doch der Hund. Ach, das ist doch der Hund. Ach, ich liebe's. Okay. Da sind wir. Dann auf jeden Fall erstmal Determination Aura anmachen. Das wird bei Bruto sicherlich helfen. Dann hoffe ich mal, dass es gut geht, wenn ich jetzt einfach in den Nahkampf mit dem gehe und einfach gucke, wer stärker ist. In jedem Fall werde ich erstmal ein Town-Portal machen. So, ja, die restlichen Sachen können liegen bleiben. Ja, wie erwartet war der Kampf jetzt nicht besonders hart. Aber man weiß ja nie. Jedenfalls bin ich ganz froh drum, dass ich jetzt hier einigermaßen zügig vorankomme. Das wollte ich jetzt gerne auch ein bisschen beibehalten, das Tempo. Einfach gucken, dass ich vorankomme, dass ich in bessere Level-Gebiete komme. Ich könnte gleich mal hingucken. Das habe ich jetzt 46 und Gebietslevel 38. Also ich muss auf jeden Fall voranrücken. Ich denke mal, im ersten Akt habe ich hier eigentlich eh nicht mehr viel verloren. Eigentlich sollte ich wohl besser jetzt langsam mal gucken, dass ich in den zweiten komme. Vorteil hier kann ich wieder schön abkürzen, indem ich einfach hier ein bisschen runterspringe. Da brauche ich nicht die angedachte Wegführung benutzen, sondern kann hier meinen eigenen Weg suchen. Dann bleibe ich hier. Nicht gerade in die falsche Richtung, kann das sein. Das ist ein bisschen der Nachteil, wenn man Abkürzung springt, dass man sich schon mal ein bisschen verlaufen kann hier. Das sieht aber aus, als wären wir jetzt gleich am Ende. Jawohl. Also, Shipgrave Yard. Da holen wir uns auf jeden Fall gleich jetzt eben erstmal noch die Quest ab, dass wir den Skillpunkt haben. Jetzt erstmal gucken, dass ich hier auf jeden Fall den Wegpunkt vorher finde. Ja, da kann man auch schon mal gerne dran vorbeilaufen an dem Ding. Das wäre auch nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Jetzt suchen wir den Eingang zum Schiff. Kurz Levelgebiet 38. Immer noch nicht wirklich besser. Immer noch nicht wirklich besser. Shipgrave Yard Cave. Da wollten wir hin. Flicker Striker Striker. So ein Flicker Striker. Schon wieder ein Broke Exile. Jetzt sind wir langsam zur Gewöhnung. Dann bin ich nur froh, dass ich den Moment sehr gut zusammenschlagen kann hier. Ich kann das nicht verbringen. Jetzt habe ich mir fast gedacht, dass es langsam mal wieder voll wird. Was ist denn da so? Kann man da nicht noch was machen? Na komm. Einmal zurückverkaufen. So, was haben wir denn? Irgendwas Spannendes wäre doch jetzt mal toll. Ähm, Stärke, Rüstung, Feuerresistent, Kälteresistenz. Schade. Sehr, sehr viel Schönes auf der Rüstung. Wenn Stärke Lebenspunkte wären, dann würde ich die auf jeden Fall als richtig gut ansehen. Ich hebe sie trotzdem mal auf. Was haben wir hier? Nee, kann nichts. Kann auch nichts. Würde ich eh nur für den Orb haben. Gut, dass ich das identifiziert habe. Nichts und auch nichts. Okay, dann... Ja, wieder Schnellverfahren aufräumen. Weiter geht's. War schon tot. Habe ich euch eigentlich schon mal gezeigt, wie das aussieht, wenn ich meinen Leap Slam mit Multi-Strike zusammen benutze? Das ist eigentlich auch ein ganz witziger Effekt. Ähm... Allerdings macht es es schwierig, damit nochmal zu reisen. Und, äh... Sieht auch ein bisschen doof aus, wenn gerade kein Gegner mehr in der Nähe ist. Dann springen wir so auf der Stelle. Also, ich finde die Kombination nicht wirklich gelungen. Deswegen wechsle ich das auch mal wieder zurück. Aber so einen gewissen lustigen Aspekt hat's dennoch. Also, man kann definitiv Multi-Strike auch dazu sockeln, zum Leap Slam. Aber ich finde, Leap Slam ist wirklich so ein Angriff, der davon relativ wenig profitiert. Da gibt's also andere, bessere Verwendungen. So... Haben wir das auch? Dann heißt es jetzt... Brauchen wir gar nicht suchen. Ich wollte gerade sagen, dann heißt es jetzt, äh... Captain Fairgrave suchen. Aber da ist er schon. Frankly... Und Schuss... Ja, dann jetzt... Eben schnell weiter hier am Wegesrand lang... Ab zum nächsten Gebiet. Kurzer Weg diesmal. Und dann jetzt auch hier... Was haben wir? Level 39. Immer noch nicht wirklich spektakulär besser. Also auch hier relativ zügig durch. Natürlich kann man natürlich ein paar Gegner mitnehmen. Aber gerade diesen langsamen Zombies möchte ich jetzt eigentlich auch nicht hinterherlaufen. Ein paar Champions, die nehmen wir natürlich gerne mit. Korrumpiertes Gebiet. Ist natürlich... Nicht schlecht, da will ich gleich hin zurück. Ich mach jetzt hier erstmal... Ich hol mir erstmal den letzten Wegpunkt. Ich denke mal, der dürfte eigentlich nicht weit weg sein. Dann kann ich das sogar... Das Video mit einem schönen Highlight hoffentlich nochmal beenden. Schönen kleinen Bosskampf. Ich hoffe, der wird auch nicht zu eklig. Das ist doch noch ein bisschen mehr weiter... Der Weg, als ich eigentlich dachte. Strongbox. Nicht magisch oder sonst irgendwas. Wenn wir haben, könnten wir jetzt... Das Ding mit dem Orb magisch... Äh, magisch... Mein Gott. Magisch machen. Ähm. Ja, hab ich ein paar Mal gemacht. Lass ich auch schon mal weg. Man findet auch so eigentlich genug. Strongboxen, die von sich aus schon magisch oder gar rare sind. Deswegen empfinde ich das jetzt nicht als so wichtig. Jede, die auf dem Wegesrand liegt, selber auch noch aufzuwerten. Also da behalte ich... Also da spare ich lieber meine Crafting-Materialien für andere Dinge. Okay. Dann haben wir den Wegpunkt. Letzten Wegpunkt in dem Akt. Mervil wollte ich sowieso dann nicht mehr angehen heute. Dann beenden wir das Video jetzt gleich mit dem korrumpierten Gebiet. Müssen wir nur einmal schnell wieder hin zurück. Dann können wir vielleicht eine Abkürzung nehmen. Auf jeden Fall können wir die Champions hier mitnehmen. So, was erwartet uns denn da? Mehr Rare Monsters und... ...drei more Quantity. Na ja. Überrankt. Guten Eigenschaften des Gebiets. Aber Gott. Gucken wir mal, was uns erwartet. Da sind wir schon. So, wir müssen... ...kleinen Viecher hier wegkriegen. Spectral Throw. Oh, und ganz viel Storm. Call. Okay. Okay. Ich würde ja gerne mal ein bisschen mehr Ruhe hier. Okay. Okay. So, jetzt wollen wir mal gucken, wer stärker ist. Iiuiuiui. Wenn er seine Blitzattacke nicht hätte, dann wäre es einfach. Nichtsdestotrotz ist er jetzt gleich weg. Oh Mann. Ich kann es nicht tragen. Ich kann es nicht tragen. Okay. Dann schauen wir mal, was alles hier liegen geblieben ist. Barrage brauchen wir eigentlich nicht. Wobei der Skill durchaus eine Verbesserung bekommen hat. So, nicht dein Ernst. Das ist natürlich doof, weil das Ding... ...das muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Dann lassen wir das andere Teil zurück. Wo hast du den Dillstein? Was ist das? Okay. Das ist wahrscheinlich so ein Fragment, das wir brauchen, wenn wir zum neuen obersten Chef hinwollen. Zur Chefin. Wie heißt die gute noch? Azirik oder irgendwie sowas in der Art. Dafür sind wahrscheinlich diese Dinger da. Okay. Ja, ich wollte nochmal einmal ganz schnell gucken, ob hier irgendwas liegen geblieben ist, was ich übersehen habe. Gegner. Da waren noch ein paar Gegner. Was ist noch mehr seltenes? Dann... Gehen wir nochmal einmal schnell zurück und verkaufen was. Jetzt gibt es erstmal hier noch einen... Ich bin wichtig. Äh, gibt es erstmal hier noch ein Edelsteinchen. Bloodmagic Life Leech. Ja, manchmal gleich Gedanken drüber. Das kommt weg. Das kommt weg, das kommt weg. Platz machen. Dann. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Gut, dass ich das mitgenommen habe. Das wird gleich ausgerüstet. Ähm. Das kann weg. Und das kann weg. Und das gucke ich mir gerade nochmal an. Ja, das ist... 107 Increased Physical Damage ist ziemlich gut. Und 2 bis 4 Physical Damage ist wenig. Aber immerhin ist beides drauf. Und auf jeden Fall schon mal deutlich angenehmer jetzt. Also das wird gleich ausgerüstet. Nein, jetzt habe ich mich verdrückt. Ich wollte das verkaufen, nicht abbrechen. Aufpassen, dass nichts, äh, wegkommt, was nicht weg sollte. Das waren aber alles Sachen, die weg konnten. So, dann einmal wieder zurück und die anderen Gegenstände noch mitnehmen. Einmal, zweimal. Und da. Okay. Ja, dann einmal etwas, ähm, unorthodox von mir jetzt hier das Video zu beenden. Aber ich spare mir jetzt das letzte Town Portal. Okay, ja, also. Dann sind wir jetzt durch den ersten Akt eigentlich fast schon durch. Im nächsten Teil wird es dann Mervil an den Kragen gehen. Ja, ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Und ich sage, bis dahin.